Die Film-Szene dazu, spielen Ihnen jetzt Bad Rehn und Kaushik vor. Kaushik möchte dazu noch etwas sagen. Vor 50 Jahren ist dieses Film gedreht worden, 1961, von Raschabut. Und das war dann einer der beliebtesten Filme, beziehungsweise aus dem Film, angefangen von Bristel, Brustel, Marsha Situ, Berlin, Peru, und Sante, wie heißt es, bis in China und in Nordafrika. Und dieses Film, oder damals gab es keine Grammy, gab es keine Awards, aber wenn das gegeben hätte, dann hätte der 5 Jahre die Veränderung. Dieses Film von Raschabut war für Awara. Jedes Jahr war für die Awards. Das war's. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. A.B.A.T. N.H.B.A.T. S.A.T.A.M. Shikhe Gies Marder Gautam Shikhe Gies Marder Zambos Zabara Sina Mera Fasid Mager Niemat Nadar Dnia 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 Ja, mein tere bier baiatat bier kämhra hau. Aabara hau, Aabara hau, Jakarques mein asmaal katar hau. Aabara hau, Aabara hau, Aabara hau. Applaus Applaus